Awww Look at us, we are cute We are cuties Warum hat er jetzt, hat er Augenringe bei sich selbst geschrieben oder bei mir? Ist das schön, hier ist es, hier ist es größer und dass sie das Augenringe bei Freddy weggemacht haben Ich hab denen auch gesagt, als sie so gefragt haben halt wie Freddy das bearbeitet haben möchte oder wir, hab ich so zu denen gemeint, bitte, bitte, bitte bearbeitet meine Augenringe nicht raus Ich möchte die drin haben Denn der Unique Selling Point muss reingedrückt werden Das ist wichtig Ich soll nicht meine Augenringe raus bearbeiten Wäre ja richtig frech In der Location Nice war sie auch safe Man sieht auch eindeutig, ne Maluna ist schon von uns dreien das bei Farbe, ob das objektiv bessere Modell so Ey, ihr wisst gar nicht wie geil es sich anfühlt zu sitzen, es ist so schön Es ist so schön zu sitzen Es ist so geil, meine Füße Es ist so schön, es ist so schön zu sitzen Das hab ich echt vermisst Ein Stuhl der mir gehört Es war so geil, wenn man zurückkommt Immer wieder schön, hier die Nudeln Allein wie Last Hitten oder so funktioniert Du verlernst ja, also ich zumindest, verlenn so vieles In kürzester Zeit Ich hab nicht so viel Angst, aber auch ja Gang, gut Oh In der Wave halt so viel Damage zu nehmen Mercer für den Bro Ey, danke man Mega nicer Gang Ich glaub ich sei dead flashen müssen, aber You know, better safe and sorry, I get it Konnte man das halt nur noch Toplane spielen? Ähm, ist nicht so strong, ist ja da die Probleme vieler Charaktere auf Toplane Wenn du sehr wenig Reichweite hast Und sehr wenig Mobilität Bist du automatisch ein schlechter Champion auf Top Weil du einfach zu Angreifer bist, ne? Der EC hat ja nicht so viel Verspätung dieses Mal Ja, nee, Katlin und ich hatten Nein, hatten Glück mit dem EC Er war zwar namenlos überbucht Was ich immer absolut crazy finde, dass Leute, dass es so geht, aber Einen wunderschönen guten Tag, Ed Tolkien Wie geht's dir so nach der EC? Wir hatten nur 20 Minuten Verspätung Ging voll klar So viele coole Gäste Vor allem auch Katlin natürlich, die sehr viel geholfen hat Also ne, ich kann mich da nicht beklagen Es war sehr, sehr entspannt Ups, wo gehen denn die Klaue hin, Alter? Ich freu mich mal wieder zuhause zu sein Ein paar entspannte Streams Lange nicht War halt viel los einfach Ah, scheiße Ja, war halt viel los Ich mag es aber auch sehr Neue Dinge zu erleben Weil ich einfach das zu wenig gemacht habe In den letzten paar Jahren Ich bin ja die ganze Zeit ein Stubenhocker Der sehr viel zockt und so Und auch mal sowas jetzt mitzunehmen Wie Gamescom und all diese Events Ist halt mega geil Weil es halt ganz andere Stärken und Schwächen Hervor zeigt Und ist mir auch weiter vielleicht beruflich Und wird ja nicht ewig Liege, ob ihr das vielleicht spielen könnt Vielleicht sowas wie Moderator an verschiedensten Games drauf haben Ist ja schon geil Aber vor allem halt auch Einfach Skills lernen Zicken Dinge Die mega nice sind Ich mag es doch immer sehr Wenn man halt nicht unbedingt Nur in seiner eigenen Bubble drin ist Weil dieses Wort Bubble Habe ich für Ewigkeiten Gar nicht richtig verstanden Ich habe es erst in letzter Zeit verstanden Wenn man etwas Neues macht Basically Na Vor allem Tolkiens Merch raus Der Hoodie ist mega Ey danke Bro Ja wir gucken mal Dass es so Anfang Ähm warte Anfang Oktober steht Wenn das geht wäre super Würde ich mich freuen Ich glaube das ist die Einschätzung die ich dir geben kann In dem Dreh Am Junge Wenn ihr nicht benutzen können Gehen in der Küche On every word you've left unspoken Und der Flash war auch nicht nötig Notwendig Not bad Well done Bro Das ist eigentlich Bassgehrer Ja genau Genau das wäre ja nicht besser Sondern das muss den Sperrdeutschen Chat Schaffe ich das? Da wurde sie ja Heute EMEA CoCast Ähm leider nein Ich habe mich beworben Und das sah auch nicht unbedingt bad aus Aber es wurde kein deutscher Streaming Slot gewährt Was ist EMEA? EMEA ist äh Europa und Middle East Also einfach was früher EU Masters hieß Heißt halt jetzt EMEA Master Die Region wurde quasi einfach vergrößert Meine Platte sich auch noch gegönnt Recht Dank Aber warum will sie denn unbedingt sterben? Ich glaube der wird einfach ja genau Jetzt hat der noch die nächste Leiche Die Leiche hilft ihm Die Leiche hilft ihm Die Leiche hilft ihm Der Jump Und jetzt nochmal Der nächste Jump Und jetzt der nächste Stack Oh ich glaube wenn er durchzieht Baby Baby noch Ja wir sind ganz entspannt dabei im Game Ne 7 von 8 Kills beteiligt noch bad Läuft okay Wahrscheinlich müssen wir so ein bisschen Angst haben Vor der Nila Leona Kompo für später Was? Mega Sehr gut War ungewohnt so schnell zu sein irgendwie Ich weiß nicht wenn ich das letzte Mal Loons gekauft habe Eigentlich alle Champions ich gerne spiele Keine Loons kaufen Rumble Dudemir Swain So die Mages Geht Und wie viel damage der kommt die ganze Zeit gemalt wird Bruder Ich glaube auf die Fresse geschlagen Wenn wir auf die Lina drauf schauen Lieber auf die da kollapsen Als kollaps zu werden Vielleicht habe ich keine Ahnung Ob die noch Glänzert Ich spiele einfach langsam Wenn Norte das Wenn der Mauern nicht kommit Kommit ich nicht Ich hätte früher gehen sollen Aber wir gehen Mages Ich sterbe ab jetzt nicht mehr Wenn ich Sonne als nächstes kaufe Sterbe ich nicht mehr Folge ich hätte gedacht dass du gönnst dir 2 Tage freie Tage nach der Gamescom Hast du richtig abgeliefert Ey danke man Nur ich habe gerne viel zu tun Ist ja auch schön Also Kompliment wenn jemand dich gerne da hat Und die Bühne die überlässt und so ist ja auch geil Und Klar auch anstrengend Aber jetzt so Stream ist halt 10.000 mal gechillter halt Ich bin auch einfach süchtig natürlich Ich bin auch wirklich süchtig nach streamen Ist halt einfach wirklich so Was soll ich sonst tun Bäm 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 Bin von mir kein nice zu haben Ich habe natürlich keiner mehr von, von dem Game Nice, schön ihre Queue abgewartet, ups, wo ist denn? Ich habe nicht meine Augen, aber es ist okay, ja, ja, ja. Oh, der Speer auch noch an der Wand gedodcht Ist das frech Wenn ich hier auch rauskomme, ich werde mich selbst ondern Ich ondere mich Ondere mich, ondere mich, ondere mich Oh, me, oh, me, oh, me, oh, me Legit, on me, nada Oh, what can I say, das war sexy Ich bin gerade voll am Bein, irgendwie, ist voll geil, wieder zu Hause zu sein So OP irgendwie, dass die E halt Einfach drei Sekunden Cooldown Pro Punkt verliert Drei Sekunden, ist crazy Und nicht so weit diven eigentlich Dann kann er mehr damage übernommen Immer schon bei meinen Leichen fighten Schon bei den Leichen, die ich hier beschwöre Bisschen Mahler-Problem haben wir Aber es liegt doch daran, dass wir halt einfach viele Abilities haben Die ganze Zeit am Spam sind Ich hörte manche, weil notgehend hat, glaube ich Ich hab mir notgehend hat, ich hab mich selbst holten sollen Ich hab Gwen geholten Nice, oh Gott, jetzt wird den Triple kill, maybe Ich glaub, Nila gewinnt das noch, oder? Oh, schade, Quadrokill, Alter Ich glaub, wenn er wehren und besser an- und ausmacht, würde er gewinnen können Aber knapp Ich hab gehend, das war nicht sein Fehler, war my bad Nice one Schöner Jump nach draußen Danke, dass du auf der GC so mega sympathisch warst Das Foto mit dir war mein Highlight kleiner als drei Liebe Bro So, I'm breaking Wir ignorieren mit der Komplette, also niemand nimmt an, dann sollten wir auch versuchen Boah, hier sind safe und Leute da, wenn nicht mit der sind, müssen die hier sein Und wenn nicht wirklich, sondern erstens von dem wir hart Ah, joke, meine passiv ist super Und oh Gott auch, Alter, Junge Quadrokill für den Kugelblitz Quadrokill jetzt auf beiden Seiten Niedert ein und uhr hat dann bekommen Nobbermann In yourself, wenn no one else does It's amazing Nice, das Enden Die Flash of Kaisar auf Niederauf Wenn sie sich defenden, dann hätten wir Nexus Oh, ich hab mich nicht selbst geholt, seit ich hab' gekreut Aber geben wir hart Zweifeln, geben wir trotzdem Nice Nice, mein schönes Game Spaß gemacht zu spielen Schönes Welcome Home Game Das erste Game seit einer Woche Das hab' ich wirklich Jahre her, das letzte Mal eine Woche lang kein League gespielt hab Weil ich hab KT und Damm und Kia gesehen Ich hab' einige Games mehr angesehen, ähm Im Hotel abends, aber ich hatte keine Zeit, die live zu gucken quasi Deswegen hab' ich auch wirklich sehr wenig League geguckt Sehr selten Also schön mal wieder seit einer langer Zeit Im Grunde League Not bad We take those GG's Mastery Token 6 bekommen Let's go Warte, ich hab' glaube ich bei Dissana fertig dann Hab' sie wie gesagt früher sehr viel gespielt Weißt du, wenn ich wirklich, äh, warte Lass' mal gucken, wie viele Punkte ich hab' 26.000 VURENID VURENDIGEL VURENID 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 Untertitelung des ZDF, 2020